So, da sind wir wieder bei Part 2 vom Ghostbusters Videogame. Und weiter geht's hier. Also wir sollten hoch auf jeden Fall hier, um Peter und Ray zu folgen, um die fette hässliche Schlemmkartoffel zu fangen. Heute müssen wir sie wahrscheinlich erstmal suchen. Ich lauf mal Ray hinterher. Los, lauf! Lauf! Ach, da, guck mal. Womit? Aua, pass doch mal auf mit deiner hässlichen Kartons hier, deiner Koffer, werfen mit deiner Koffer in Jakob. So, sind wir hier richtig, oder was? Da ist sie. Und schon wieder am Saufen. Ja, ja klar. Wir machen ihn müde. Dann fangen wir ihn. Dafür haben wir den Protonstrahl. Zaaag, hab ich ihn gleich. Gut, gehen wir, Peter. Nee, ist mein schön Schleimfick entlassen. Das klingt schon. Ich weiß, wie es endet, aber viel Spaß euch beiden. Ich kümmere mich um die Aufzüge und begleite die Damen sicher auf ihre Zimmer. Ja, okay. Wie immer. Und dieses Signal sieht wie deine flüchtige kleine Zielentität aus. Ich will auch so ein Ding haben, was du da auf dem Kopf hast. Dein Meter blinkt und summt, wenn es ein mögliches Signal entdeckt. Was, mein Meter? Die Parabrille ist direkt mit deinem aktiven PKE-Meter verbunden. Parabrille? X und P. Oh, komm hier. Oh, komm hier. Oh, komm hier. Okay, klasse. Mach jetzt deinen Scan. Perfekt. Und jetzt? Ich bin perfekt. Ich hab meinen Scan gemacht. Und jetzt? Kann ich das jetzt hier wieder wegdrücken? Rot signalisiert einen versteckten Geist. Grün signalisiert paranormale Anomalien der Umgebung. Blau steht für eine aktive Probe. Okay, ich will mal kurz hier in Tabulator gucken. Übernatürliche Klasse 1 Absonderung. Umgebung inaktiv. Ektoplasma ist eine dicke, schleimige Substanz. Sie bildet sich, wenn Geister mit physikalischer Welt interagieren. Das gewöhnlich als zahlflüssiger Schleim auftreten Ektoplasma wurde auch schon in nebelartiger und sogar kristallformiger Form beobachtet. Okay. So, wie komm ich hier raus aus dem Mist? Na, mit Escape also nicht. Oder muss ich das jetzt hier behalten? Oh, guck mal, hier so rot. Irgendwas fehlt. Der hat doch gerade erzählt. Jetzt kommt mal, ob das rot ist. Nö, okay, Moment. Guck mal hier in die Richtung. Ne, da ist wieder grün. Hier wird's rot. Ah, okay, wenn wir mal hier schon laufen. Da lang müssen wir. Glaubst mir. Wo lang? Hier lang? Komm mit. Garten gleich gefunden. Ne, es hört auf. Es hört auf. Ich muss nochmal hier zurück. Nein, du verlierst das Signal. Echt? Na gut, okay. Moment. Es wird wärmer. Schnauze. Schnauze. Frisse besser. Wärme. Da? Ne, ich bin nicht. Alter. Blühend heiß. Wie blühend heiß? Geist muss hier fangen. Blühend heiß. Hä? Wie? Slimer's versteckt. Geist muss hier fangen. Kann man das jetzt nicht scannen? Vorsicht. Ein guter Scan funktioniert ähnlich wie ein guter Schnappschuss. Ist eine Entität in Reichweite, hältst du den Scan-Knopf gedrückt. Vorsicht. Hab ich? Jetzt hab ich ihn aber... Jetzt kann ich hier bestimmt... Ach, guck mal. Ne, doch nicht. Ne, ist immer schon ausgeregt, oder? Warte, Moment. Hier zurück. Ach, guck mal. Jetzt gleich mal. Da steht er jetzt nämlich. Kategorie, vollbeweglicher Klasse, 5 Nebler. Typ unbekannt. Verhalten unbekannt. Was? Ihr kennt ihn schon so lange und wisst immer noch nicht. Ich kann dir sagen, was er für ein Verhalten hat. Saufen und Essen. So, wo ist er hin? Wo ist er denn hin? Hallo, sag mal was. Ach, da lang. Okay. Kann ich auch das Ding jetzt hier endlich mal ablegen? Ah. Was ist denn das für ein Zeichen? Ach so, okay. Das war noch mein... Quasi mein PKI. Er war definitiv hier. Oh, was haben wir denn hier? Was ist er denn? Kann ich jetzt mal ohne sehen? Okay. Also nur vollgeschleimt. Er hat aber die Fressen wahrscheinlich nicht wieder gezeigt. Eine aktive Probe kannst du einsammeln. Zum Beispiel... Artefakte einsammeln. Ach, soll man noch ein Fakt einsammeln? Oh, lol. 1883... Das habe ich jetzt keinen Bock vorzulesen. Wisst ihr was? Pause. Wenn ihr lesen wollt. Ich lese mir das dann auch nachher erstmal durch. Ich werde spielen. Ich will ein verfluchtes Artefakt. Wir werden für alles gescannte und eingesammelte extra bezahlt. Dann investieren wir das in die Forschung. Mit zusätzlichen Mitteln können wir neue Offensivtechniken und Ausrüstungen entwickeln. Diese wiederum darfst du dann zum Austesten herumschleppen. Vergiss nicht. Mit dem Online-Geisterjäger-Einsatzleitfaden kannst du dir jederzeit Technologien, Tutorials und Ausrüstung ansehen. Benutz dazu dein PKE-Meter. Was? Wenn du den PKE gerüttest... Mir geht schlecht! Bitte? Bitte melden? Ich bin ja völlig schleimt worden. Ihr schleimt mich wohl. Wir haben einen Verletzten. Los, los, los! Ja, los, 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 Ray! Los, los! Los! Bist du bescheuert? Du bist hinter mir, Quatschkopf. Renn du mal ein bisschen, du fette Sau. Quatschkopf. Oh, ich bin falsch gelaufen. Okay. Hat nichts gesagt. Ich schieße meinen erst mal kurz den Arsch. Er wurde vollgeschleimt. Wieder mal. Feg dich hier rüber und hilf ihm auf, ja? Nö. Wie konnte das nur passieren? Ich hatte bei den Aufziehungen Wache gehalten. Dieser Mutantenvulkan hat sich an mich herangeschlichen. Schon wieder eingeschleimt. Wenn einer von uns getroffen wird, helfen wir einander immer. Das Zauberwort heißt Teamwork. Oh nein, mein Freund. Das war vor der Schleim-Ära. Jetzt dreht sich alles um Rache. Die Jungs müssen sofort hier unter uns. Er hat sie nochmal über die Festgesprache. Er nimmt die Lobby auseinander und es ist nicht allein. Noch mehr Geister? Aber wir gaben dem Hotel vor fünf Jahren eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Na super. Jeden Tag sterben, Mensch. Ruf den Aufzug, Junior. Oh, ich muss noch sagen. Oh mein Gott. Wie ich wieder erwischt wurde, weil ich ein Bier nahet hatte. Okay. So, ich hab gedrückt. Und jetzt? Bing. Da ist der Fahrstuhl. Los, kommt drin, Jungs. Kommt. Hoppies, Galoppies. Wir müssen uns beeilen. Da unten ist Geisterjagd. Okay, Slimer. Du hattest deinen Spaß. Der Aufzug ist tabu. Genau. Egan. Nicht einfassen. Ich glaube, wir sitzen im Aufzug fest. Wir brauchen Hilfe. Wir sitzen fest? Mal sehen. Ich glaube, wir sitzen fest. Sitzen fest? Ray, seid ihr mit? Wir sitzen offiziell im Aufzug fest einverstanden. Ja, wir sitzen. Hände hoch. Ja, hinten hoch. Also, ich hab meine Hand dann hochgelaufen. Wenn ich es nicht gesehen habe. Sehr geil. Also los, Ray. Ist der gefährlich? Nö. Du enjoyst mich, Ray. Stimmt doch, oder? Okay. Slimer. Da ist die fette Kartoffel. Wir müssen die fette Kartoffel erwischen. Oh, wo kommen die denn her? Wer sind die denn? Nachladen, okay. Okay. Dann holen wir uns hier mal, würde ich sagen. Wo ist er denn? Da ist er. Nee, das ist ein anderer. Nee, das ist ein Zwiebel. Okay. Wo ist der andere? Da ist er. Den haben wir. Ja, den hab ich. Los. Peng. Der gibt jetzt mal eine Kelle. Zing. Super. Okay. Nochmal eine Kelle hier ebenso. Dann holen wir jetzt mal unsere Falle hier raus. Und fangen diese Mist hier mal ein hier. Los, komm in meine Falle, mein Freund. Ich hab hier ein schönes Gefängnis für dich. Mit Fernseher und so. So, jetzt erst mal die nächsten holen hier, wa? Zing Power. Ja, so läuft es hier. So, alles klar hier. Zack, Falle raus. Er hat die noch davon dabei. Na, zieh mal ein bisschen hier rüber. Jetzt helfen wir mal ein bisschen, Jungs, hier. Ich bin hier nicht alleine, oder? Super, geht doch. Wie er brüllt. Das Brüllen hilft dir nix, Mensch. Ist viel schöner da, wo du hinkommst. In unsere Rennen. Äh, hier ist ein Container. Mann, die Lobby ist ja total verfüstet. Können wir Winston anrufen und ihm sagen, dass ein Dreierabend offiziell zugelegt ist? Die andere Falle ist weg. Jungs, ich will nix sagen, aber die andere Falle ist weg. Noch mehr von denen. Ja, sag ich doch. Die andere Falle war auch weg. Das war grad... Oh, lol. Nochmal zwei. Okay, kein Problem, Jungs. Alter, so kämpft, Alter. Oh. Ist hier mal passiert. Meine Fresse. Passt doch ein bisschen auf hier. Alter, die werfen hier mit Stühlen, ey. Ist nicht nett. Lad mal kurz hier nach dir und du hör auf zu lachen, hier Slimer. Immer, Alter. Ich hole mir mal... Ich hole dir jetzt auch mal kurz die gleiche. Mann, 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 Mann. Alle deine Stützchen wieder. Ray, komm mit. Die anderen schweben wieder nach oben. Venkman, ihr beide zieht unseren Freund Slimer so schnell es geht in eine Falle. Bei diesen Ausschlägen gibt es eine massive Ausbuchtung, die darauf hinweist, dass das nicht nur ein normaler Säuberungsjob ist. Müssen wir hier lang? Ohne sein Nickerchen wird er ungemüht. Spüren zusammen mit Peter Slimer. Okay, nee, das war ja grad Igan und Ray. Wo ist Peter? Venkman. Venkman. Wo bist du? Da bist du ja. Warte mal. Hier hat's gerade gesummelt. Das heißt, ich fühlte die Summel da. Da. Irgendwas hat hier gerade blau geblüht. Blau. Irgendwas hat hier blau geblüht. Ja, hier kann man natürlich auch noch so ein paar Sachen finden. Die Maschinen kann natürlich auch alle finden. Alter, aber da hat hier gerade blau geblüht. Voll doof. Hallo? Sind ihr da? Ja, das ist es. Guckt mal einer schau. Haha. Ach, nee, doch nicht. Aber wir sind ja auf der richtigen Pferde. Nee, ist nicht mehr. Da lang. Da. Ah, eine Klingel oder so. Super. Antike Kupfer. Ey, der Sound einfach nur geil. So, kurz hier für die Pause, damit ihr lesen könnt, was das ist. So, ich hoffe, die Pause hat gerecht. Jep. Müsste gerecht dann, hoffentlich. Okay, weiter geht's. Huch. Oh, sorry. Falscher Knopf. Oh, wir haben hier alles zerstört. Hier sieht's wieder aus. Mein Gott. Das wird teuer. Nicht für uns. Aber seht nochmal. Sieht aber auch voll geil aus, oder so. Wirst du so, wie es so mit verschiedenen Bränden hier aussieht. Hammer cool. Hey, ist das Schenken mit Honigglasur? Nee, ist Sleimer mit Honigglasur. Da, der Alhambra Ballsaal. Den lässt er garantiert nicht raus. Auf keinen Fall. Sie können da nicht rein. Die Rodriguez Bar Mitzwa beginnt in einer halben Stunde. Ich wette, die Rinderbrust ist Spezialität des Tages. Und Sie haben schon genug angerichtet. Ich bin sicher, das Ding wird ganz einfach verschwinden. Oh, bestimmt. Ich bin bereit, zu riskieren. Sie gehen nicht da rein. Das ist alles, was wir hören wollten. Wir sind weg. Hey, Leute. Kaffeepause. Unsere weiteren Dienste wurden abgelehnt. Äh, wie jetzt? Ist das denn ernst? Du haust einfach ab? Okay. Quatsch. Niemand schleimt Peter Venkman zweimal voll und kommt damit durch. Wir kommen das erste Mal, ist aber schon ein paar Jahre her, oder? Ich bin vorsichtig, Peter. Denk an den Alice Island-Vorfall. Alice Island? Mö. Hast du die Schürze dabei? Wir nehmen eine kleine Abkürzung durch die Küche. Alter. Hast du gerade eine Lücke kaputt gemacht? Der Alice Island sollte gleich hier sein. Hallo, Chef. So, okay. Also, okay. Könnte mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich die... Eine Weile gehst du voraus. Ob ich den, ähm... Untertitel ausmachen oder anmachen... Machen soll. Was, du denn? Ey, wenn du so ne komischen Kräfte hast, Peter, dann erzähl mir einfach so rein. Weißt du? Ich... Du lässt mich hier einfach so rinlofen. Ich denk hier so alle schickimicki hier. Bloß mal ein paar grüne Viecher einfach... Er ist schleimig und extrem gefährlich. Auf wen? Wollen wir mal kurz hier... Scannen wir mal kurz hier. Blüps. Vielleicht hat der Leitfaden. So. Mal wieder für die Pause, Leute. So. Ich glaub, so kann man alles sehen. So, Koffer haben alle gesehen. Koffer war nicht so schnell hier. Also, es sind wirklich echt ein bisschen heftige Texte, so... Die als alle vorlesen, da krieg ich jetzt hier ein bisschen... Ja... Krätze. Was ist denn das? Kann man den Fleck da auch scannen? Oder ist das nur einfach nur Dreck? Ah, ne, ist das nur Dreck. Okay. Ja, man könnte meinen, ich sei mittlerweile daran gewöhnt. Ja, also, beim besten Willen. Das jagt mir garantiert. Kein Schrecken, nein. Das geht nicht nach 4-3, meine Freunde. Aua. Das hat schon fast funktioniert. Kann man das hier nicht auch irgendwie greifen? Irgendwie war das aber so. Okay, da kommen wir irgendwie nicht durch. Also müssen wir durch die Tür da. Okay. Vorsicht. Dankeschön. Huch! Da war ja einer. Warte, den Renn mal hinterher. Los, den kriegen wir. Los, Peter. Daher. Jetzt? Mach mal was. Steht da nur da? Quatsch nicht. Erzähl mal was. Jetzt erzähl mal, wie weit er geht. Alter, da, hallo. Nein, nix. Au! Da! Was? Au! Das war ein Au, da. So gut, okay. Ich kenne mich wieder schon. Also weiß ich, dass man das hier irgendwo aus dem Weg holen kann. Irgendwie kann man das aus dem Weg holen. Aber ich frag mich nicht, wie. Das war eigentlich hier mit dem Sperrstrahl hier eigentlich stark. Aber irgendwie nicht. Sonst können wir hier gerade nirgends so hin. Hä, bin ich doof? Ich glaub, hier ist gerade irgendwie, es hängt. Hä? Ach, jetzt ist mir. Was ist denn jetzt? Okay, ich bitte dich. Alles, nur nicht das Spülbecken. Hä? Was sind denn die zu sicher? Wo kommen die denn jetzt her? Kenn ich noch nicht. Darum ist die Schadensanzeige, was ich noch kaputt gemacht habe. Das ist natürlich. Aua, aua, aua. So, haben wir die. Wir müssen so weggehen. Kann man, die kann man so weg gar nicht fangen. Wie lösen die sich mal? Darum löse ich aus der Dose. Heißt, Aufwertung kaufen für Tabulator? Sprengstall, Fokussierung, Rückschlag. Bö. Guck mal, okay. Können wir uns einfach mal das hier machen, mal gucken, was es ist. Reduziert, Wanderbewegung des Strahls. Ja, das kennen wir ja schon. Okay, das kaufen wir einfach mal. Ja, wie ihr seht, kann man auch seine Sachen so ein bisschen aufrüsten. Sehr, sehr coole Sache. Also, dass man natürlich auch ein bisschen besser ist. Die andere Sachen guck ich mir jetzt zum Spiegel. Hey, sieh mal her, zum Einfangen musst du ihn ergreifen. Verwende dazu den anderen Teil deines Protonenwerfers. Den Sperrstrahl. Ja, sag ich doch. Hier, da. Ach, oh, Scheiß war das ja. Ja, das ist denn schon alles. Wirf den Schrott einfach zur Seite. Zang, genau, sowas. Genau, hier, guck mal, ich kann mit allen Teilen machen. Wupp. Voll cool. Also hier auch mit so einer Pizzaschaftel hier oder was. Guck mal, ganz geil so. Ich glaub, kann man das auch. Ja, man kann wirklich alles greifen hier. Sieht ihr hier, jetzt hab ich die einzelne schöne, schöne Engine, auf jeden Fall. Wo müssen wir denn hin? Achso. Leider. Okay. Halt, Moment. Ich werd mal kurz mein PKI da raus holen. Ich wette, hier gibt's was zu finden. Gucken wir mal kurz hier. Weil es ist ja keiner kein, kann da kein Raum sein, der hier jetzt hier nichts zu sagen hat, oder? Ja, oder wir müssen, ah, grösser Haar sagt er, guck mal. Die bringt schon irgendwas blau. Ah, die Richtung, ah, der Marshmallow, Mann. Yeah. Gott, da brennt die, mhm, Punkt, Punkt, Punkt. So. Wie ist das? Ich wusste, so, okay, Peter, ich komme. Ich, dass der schon wieder mit irgendeiner Schnöpfe abgehauen ist. Könnte passieren, wenn ich. Ach, der ist auch so geil. So, meine Freunde. Ich werd aber diesen Part wieder hier verbrechen, so, und wünsche euch noch einen schönen Abend, schöne Nacht, schöne irgendwas. Schöne Ostern, schönes Weihnachten, schönes Silvester. Keine Ahnung, nein, nein, Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.